Wir waren uns in unserer heutigen Sitzung einig, dass die Vorgänge mit aller Entschiedenheit aufgeklärt werden und dafür Sorge getragen wird, dass Verfehlungen geahndet werden. Zugleich sind wir entschlossen, einen glaubwürdigen Neuanfang mit aller Entschiedenheit anzupacken. Zu diesem Neuanfang, meine Damen und Herren, gehört auch die Nachricht, das Herr Prof. Dr. Martin Winterkorn angeboten hat, von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender zurückzutreten. Diese Entscheidung hat das Präsidium mit großem Respekt für Herrn Dr. Winterkorn entgegengenommen.